Mit 19 Ja und 16 Nein-Stimmen ist Arno Kompatscher vom Plenum des Landtages erneut zum Südtiroler Landeshauptmann gewählt worden. Es ist dies seine dritte Amtszeit. Vorgeschlagen worden war er von der Koalition aus SVP, Fratelli d'Italia, Freiheitlichen, Uniti per l'Alto Adige, Lega, Alto Adige, Südtirol und La Civica. Arno Kompatscher stellte die Ziele seiner Regierung vor, die aus elf Landesräten bestehen wird. In erster Linie ist dabei die Wiederherstellung der Kompetenzen der Autonomie zu nennen, aber auch Maßnahmen für angemessene Löhne und Gehälter, für ein leistbares Wohnen, für Gesundheit, Sicherheit, Klimaneutralität, Bürokratieabbau und zur Vorbeugung von Altersarmut. Die Koalition wurde von der Opposition stark kritisiert, besonders die Zusammenarbeit mit Fratelli d'Italia, sie wurde als Pakt mit dem Teufel bezeichnet. Für Südtiroler Freiheit, Grüne, Team K und demokratische Partei hat Arno Kompatscher mit dieser Entscheidung sein wahres Gesicht gezeigt, ohne die eigentlichen Gefahren zu erkennen. Auch für Südtirol mit Wittmann hat kein Vertrauen in die Fähigkeit Kompatschers, das Land zu regieren. JWA und Vita kritisierten die verpasste Aufarbeitung der Pandemie. Die Koalitionspartner haben auf das Regierungsprogramm verwiesen, das gemeinsam erarbeitete Vorschläge für das Wohl der Bevölkerung enthält. Die Fraktion La Civica erklärte, die Koalition für eine konstruktive Entwicklung des Landes zu unterstützen, auch wenn sie nicht in der Regierung vertreten ist. Vor Sitzungsbeginn gab es im Landtag eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen ehemaligen Landtagsabgeordneten Helmut Renzler. Zudem teilte Landtagspräsident Josef Nockler die Bildung von zwölf Landtagsfraktionen mit. Zudem teilte Landtagspräsident Josef Nockler die Bildung von zwölf Landtagsfraktionen mit.